Once again, maybe friendos, back is the incredible JG am Start, mit der Auflösung der letzten Rhyme-Challenge, Alter. Ich weiß, es ist wirklich lange her jetzt diesmal, aber es wird jetzt wieder regelmäßig eine Rhyme-Challenge kommen. Nicht ganz so oft wie damals, aber regelmäßig. So Pi mal Daumen einmal im Monat und auch regelmäßig die Auflösung, okay? Okay, letzte Rhyme-Challenge war die Aufgabe, auf das Wort Märchenstübchen zu reimen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es jetzt länger her ist, dass ich mir so eine Rhyme-Challenge reingezogen habe. Aber ich hatte hier das Gefühl, dass es unfassbar schwer für mich ist, mich festzulegen, wer der Dopeste ist oder wer die Dopesten sind und warum. Warum? Weil hier wirklich viele, viele Teilnehmer dabei waren, die sehr dope Reime hatten und diese Reime standen auch noch sehr geil im Kontext. Also beispielsweise, er ist nicht der Gewinner, weil es für mich irgendwie dann nicht gereicht hat, aber Midnight Angel war auch der Typ mit den meisten Likes. Er hat so gut angefangen, weil er einfach nice Reime hatte, die irgendwie gut im Kontext stehen. Er rappt, wer glaubt denn eure Fernsehlügen? Erzählt doch gleich von Hexenhüten und Elbenmythen wie im Märchenstübchen. Also das sind Reime, die eigentlich saufet sind, so hätte er da weitergemacht und vielleicht noch so diesen Punch, diese Pointe irgendwo reingeknallt. Wäre das auf jeden Fall womöglich der Gewinner sogar gewesen. Ich weiß nicht, also das hat für mich einen sauguten Einstieg, einen sauguten Anfang, aber leider auch nicht mehr. Wen ich auch sehr dope fand und ich glaube, er hat echt schon oft gewonnen so und ich glaube, er ist auch dieses Mal wieder der Gewinner. Und zwar ist das Daytona Original. Er schreibt, die Gäste aus dem Märchenstübchen hoffen auf ein Schäferstündchen mit einer von den Kellnerinnen. Ist ein unsauberer Reime, aber ich fühle es trotzdem, ne? Hoffen auf ein Schäferstündchen mit einer von den Kellnerinnen in eng geschnürten Bäckerschürzen. Leckerbissen, die durch die Blume sagen, ob sie sich mal daten würden, ähnlich so wie Gänseblümchen. Und das ist einfach für mich, das ist jetzt auch nicht überfett, aber das ist einfach dieses Wortspiel mit durch die Blume sagen und dann bezogen auf das Gänseblümchen. Das fand ich wirklich sehr dope und er ist auch der Gewinner, einfach aus dem Grund, weil er den höchsten prozentualen Anteil von Dopeness für mich erreicht hat. Ich fand er auch unfassbar dope, so den Einstieg so, wäre da mehr gekommen, mega dope. Kosta Jack hat geschrieben, Rapper sind so Gangster wie ein Märchenstübchen, denn sie beziehen sich nur auf Araberrücken, wie Pferdezügel. Und diese Araberrücken und Araber ist ein Pferd, so bezogen auf das Pferd und dann mit Pferdezügel, fand ich sehr, sehr dope. Gerade in der aktuellen Zeit, wo man im Game irgendwie nur gefühlt von Rücken zu Rücken hüpft, finde ich das eine sehr geile Zeile. Und eigentlich ist das jetzt ja 100% Dopeness, prozentualer Anteil, 100% dope. Aber es ist halt irgendwie nur so eine Zeile. Und ich finde, ich habe das damals auch schon bei den Reim-Challenges so gesagt, es ist für mich so wichtig, nicht zu wenig zu kicken, aber auch nicht zu viel. Das Paradebeispiel dafür ist, Bruno.obacht hat eigentlich, es ist so viel, dass ich dir nicht vorlesen werde, weil das Gefühl ein halber Part ist. Aber er hat auch echt coole Reime, so vielleicht minimal gezweckt an manchen Dingen, aber coole Vergleiche, wie zum Beispiel, ich nehme nur den Anfang. Du willst in die Boof dein Märchenstübchen und alle überzeugen, so wie Werbesprüche, dass du es cleaner auf den Punkt bringst, als von Kärschersprüher. Also diese Kärschersprüher, diese Druckluftreiniger, ist eigentlich schon dope so, dass du ein Label größer aufziehen willst, als Majorgründer und so. Diese Reihe, das ist schon auch dope, aber da ist für mich irgendwie zu viel noch drin, was so ein bisschen erzwungen und so gewollt klingt. Aber auch auf jeden Fall dope. Also diese vier sind mir hängen geblieben, bei ganz vielen anderen, die auch dope waren. Also das war wirklich hier eine Reim-Challenge, wo ich das Gefühl hatte, ich hätte jeden zweiten hier namentlich erwähnen können, weil viele dope Reime drin waren. Aber ich muss mich irgendwie festlegen. Und die, die für mich rausgestochen sind, sind Midnight Angel, Daytona-Original, Costa Jack-Costa Jack-Understrich und Bruno.obacht. Aber der Gewinner, der für mich nicht zu wenig geschrieben hat und nicht zu viel geschrieben hat und in diesem Bereich den höchsten prozentualen Anteil von Dopeness hat, ist Daytona.Original. Und ich glaube, du hast schon ein paar Mal gewonnen, Dicke. Also ich picke auch gerne andere Gewinner, aber für mich ist das einfach hier in dem Fall das Dopeste. Yes, y'all. Also, me befriendos, ich wünsche euch einen superschönen Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Reim-Challenge wieder. Muchos Lobos!